Sie hören, Kretisches Rätsel, ein neuer Fall für Michales Caristeas, von Nikos Milonas, gelesen von Martin Faldeig, ein Hörbuch des Argon Verlags. Warum mussten sie die Polizei rufen? Warum konnten ihn diese Leute nicht in Ruhe lassen? Sie interessierten sich überhaupt nicht für das Leben, das in dem Palast einst geherrscht hatte. Er aber wollte in die Geheimnisse dieser untergegangenen Welt eintauchen. Sein Moped konnte er gerade noch hinter einem Felsen verstecken, dann rannte er los. Links und rechts ragten Felswände auf, darüber war der Himmel schwarz. Eine der Höhlen oben in den Felsen reizte ihn seit Tagen. Fast 30 Meter in der Höhe und unzugänglich würde sie ihm Schutz vor dem Unwetter und der Polizei bieten. Ein geübter Kletterer hatte eine Chance, dort hinzukommen. Solange es trocken blieb, konnte er es versuchen. Die ersten Tropfen fielen. Jedes Umsetzen der Füße, jeder Griff musste jetzt noch entschlossener und präziser sein als bisher. Innerhalb von Minuten wurde der Regen stärker und der schwarze Himmel entlud sich. Sein rechter Fuß rutschte an einem nassen Stein ab, kurz schwang das Bein in der Luft, doch er fand wieder Halt. Tief atmete er durch und ließ die Vorstellung, zerschmettert in der Tiefe zu liegen, nicht zu. Wer beim Klettern ans Abstürzen dachte, war in Gefahr. Zwei Meter noch bis zum Eingang der Höhle. Der Regen prasselte herab und nahm ihm die Sicht. Nerven behalten. Zweimal, vielleicht dreimal noch ein sicherer Halt für Finger und Füße, dann ein letztes Hochziehen. Er blickte in die Tiefe und lächelte. Kaum jemand, da war er sicher, war je in diese Höhe gestiegen. Archäologen hatten die anderen Höhlen des Tals untersucht und die Fundstücke in Museen gebracht, aber nicht hier oben. Hier hätte auch niemand in der großen Zeit Kretas seine Angehörigen bestattet. Seine Hände erreichten die Kante, doch es gab nichts, woran er sich hinaufziehen konnte. Er nahm seinen Mut zusammen, konzentrierte alle Kraft auf seine Finger und wusste, er würde nur einen Versuch haben. Dann zog er sich so weit nach oben, dass sein rechtes Bein hochschwingen und auf dem Boden der Höhle landen konnte. Der Fuß fand an einem Felsenhalt. Er spannte Bein und Arme an, holte mit dem linken Bein Schwung und sobald es den felsigen Untergrund berührte, riss er den Oberkörper herum, schlug auf dem Rücken auf und blieb liegen. Er spürte den Schmerz, atmete schwer und wusste, er hatte es geschafft. Ein ohrenbetäubender Donner erschütterte das Tal und von zwei kurz aufeinanderfolgenden Blitzen wurde der Himmel einen Augenblick lang gleißend hell. Das Unwetter war direkt über ihm. Der Platz, an dem vorhin der Polizeiwagen gestanden hatte, war durch den Regen kaum noch zu erkennen. Die Polizisten waren wieder gefahren, davon ging er aus. Windböen trieben den prasselnden Regen in die Höhle und er suchte in ihrem hinteren Teil Schutz. Dort kauerte er sich auf einen Felsvorsprung, holte sein Handy aus der Hosentasche und stellte erleichtert fest, dass es den Regen und das Klettern überstanden hatte. Diana hatte angerufen. Auch seine Eltern. Aber er würde sie nicht zurückrufen. Ein Teil der Höhle musste irgendwann eingestürzt sein, denn der Boden war von Felsbrocken übersät. Vielleicht führte diese Höhle noch tiefer in den Berg hinein, überlegte er und leuchtete mit dem Handy in die Dunkelheit. In einer der Ritzen fiel der Schein nicht auf Felsen, sondern verlor sich in schwarzer Tiefe. Falls es dort einen Hohlraum gab, würde er einen Weg finden, hineinzugelangen und sich umzusehen. Da! Das ist sie doch, oder? Michales hatte Ralatia nur für einen kurzen Moment gesehen. Bist du sicher? fragte Koroneos. Ganz sicher war Michales nicht. In dem Moment, als er Koroneos' Tochter zu erkennen glaubte, hatte ihm eine der weißen Kutschen die Sicht genommen, die vom venezianischen Hafen aus Urlauber durch die Gassen der Altstadt von Chania fuhren. Wenn ich Ralatia hier erwisch, kann die sich auf was gefasst machen, sagte Koroneos. Dass die Frau von Chania nicht so lekt, schlussend bowen Sie die Gassen der Altstadt von Chania. Und das ist die Frau von Chania nicht. Vielen Dank.